weg ist es wieder ja ja mädels und jeld mensch hans das steht aber nicht sehr sicher hier ja ja aber ich muss ich muss den halt abkoppeln muss ich muss ja auch mal ich hoffe das ding bleibt stehen die maschine ist viel zu schwer schläft eine radkästen ganz normal ganz normal ist das natürlich nicht jetzt hole ich die bagage und dann gucken wir mal was für eine aussicht unser neues grundstück schön wirst du morgens wach muss erstmal alle leute rausmeißen die hier so rumgammeln der wagen springt nicht an wir müssen laufen ist total bescheuert zündschlüssel kaputt oder so oder zündschloss super schöner sonntag tschüss man ist jetzt ätzend ich kotze ab eigentlich so ja dann hoffen wir mal besser tja schlüssel ist es nicht zündschloss ist kaputt ich denke anspringt tut er ich glaube ich brauche urlaub oder so ich glaube ich fasse es nicht der wagen läuft und lief die ganze zeit ich bin zu blöd das ding zu bedienen kann nicht wahr sein ich ruf mal ADAC an das kann nicht wahr sein ich mach die ganzen leute verrückt ich mach mich verrückt es kann nicht wahr sein naja sind wir mal S-Bahn gefahren auch wieder schön unglaublich ich weiß wohl nicht mehr wie man automatik bedient anscheinend ich habe echt auf D geschaltet und wollte starten ich Idiot ich Fotzkopf ich trottel sowas bescheuertet ich brauche Urlaub es fackt es fackt er läuft wunderbar ein wunderschöner Tag ist natürlich auch eine Art von total unachtsam gerade also was sagt uns das immer schön die dinge nicht automatisch ausführen nur weil ich habe dieses Auto bedient wie das andere Auto und das war der Fehler ich habe den Schalter nicht auf 0 gestellt auf P gestellt sondern ich habe ihn nur angetippt wenn man das jetzt mal so Revue passieren lässt dann ja weil der andere stellt ja quasi tippt man nur einmal an und das war das habe ich hier auch gemacht mit dem Abstellen und dann stand auf P und hat natürlich nicht mehr gestartet also immer schön achtsam sein egal ob man irgendwas tausendmal gemacht hat oder zweitausendmal oder hunderttausendmal immer schön achtsam das ist mein Resümee zum Sonntag mein schönes Sonntag mein schönes Sonntag mit Motivierung das war ja